Wenn Sie ein Mann sind und wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Partner sind, denken Sie bitte darüber nach, wie viel Zeit Sie brauchen, um eine Frau richtig kennenzulernen. Ob die Frau mit Alkohol umgehen kann, ob die Frau häuslich ist, wie die Frau mit anderen Menschen umgehen kann, ob die Frau in Stresssituationen sich benehmen kann. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch, jemanden tiefgründig und detailliert kennenzulernen und in verschiedenen Situationen zu sehen. Aber genau das erleben wir in unserem Love Castle, in unserem Schloss. Vom 29. November bis zum 1. Dezember verbringen wir qualitative Zeit für Singles in einem richtigen Schloss. Und da werden wir sehr viel gemeinsam erleben. Zusammen essen, zusammen aufräumen, zusammen Yoga machen, tanzen und Party leben, spazieren gehen, verschiedene Spiele spielen, Weinchen trinken, runde Tische machen. Das heißt, wir machen sehr viel, um diese Nervosität, die ersten Minuten zu überwinden und um nicht oberflächlich zu kommunizieren. Mein Ziel ist, dass meine Singles, sowohl Männer als auch Frauen, schnell und unkompliziert einander kennenlernen. Und dabei schaue ich natürlich hinter den Kulissen, welche Männer und welche Frauen wirklich Chance haben, im Schloss den richtigen Partner, Partnerin zu finden. Ich bin Xenia Droben. Ich bin eine internationale Partnervermittlerin, mehr in die Richtung Frauen aus Osteuropa, das heißt die Frauen aus Russland, aus der Ukraine, aus Belarus. Und genau für diese Frauen und für deutsch sprechende Männer organisiere ich ein Wochenende in einem richtigen Schloss. Schloss Dretzel, das ist in der Nähe von Magdeburg. Sie können mich ganz gerne direkt anschreiben, ich schicke in Details. Wir haben nicht so viele Plätze frei. Besser gesagt, wir haben nur einen Platz für die Männer frei, um im Schloss zu übernachten. Aber es gibt in der Nähe noch ein Schloss, wo man übernachten kann. Oder sie können auch nur den Tag mit uns verbringen und für die Nacht, ich weiß nicht, ins Hotel fahren oder nach Hause fahren. Was auch immer. Vom 29. November bis zum 1. Dezember veranstalten wir unseren Love Castle. Das ist schon die zweite Veranstaltung solcher Art in einem Schloss. Und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Männer sich dabei anmelden. Und da können wir ein tolles Wochenende verbringen und sehr intensiv einander kennenlernen. Ich bin Xenia Drobe und ich bin bei Ihnen auch im Schloss dabei. Ich helfe Ihnen vom ganz Anfang bis zum ganz Ende. Und ich hoffe, wir alle haben sehr viel Erfolg im Schloss. Melde Sie sich an, kontaktieren Sie mich direkt und ich sende Ihnen die weitere Informationen. Bis dann!